Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der RE-MAX News und das sind die Themen. Die Preise für Eigentumswohnungen in Österreich sind weiter im Steigen. Während österreichweit die Anzahl der verkauften Wohnungen im ersten Halbjahr 2019 leicht rückläufig war, ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis weiter gestiegen. Laut RE-MAX, Immospiegel und Immo United, wurden im ersten Halbjahr 2019 fast 25.000 Wohnungsverkäufe verbüchert. Das sind zwar um 5% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber immerhin um 80% mehr als noch vor sechs Jahren. Eigentumswohnungen erfreuen sich also nach wie vor großer Beliebtheit, sowohl bei Eigennutzern als auch bei Anlegern. Aus heutiger Sicht wird sich aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus in naher Zukunft auch wenig daran ändern. Die typisch österreichische Eigentumswohnung hat übrigens aktuell 67,2 Quadratmeter und kostet 207.000 Euro. Das sind um fast 20% mehr als noch vor fünf Jahren. Die Nachfrage nach Immobilien ist also groß. Das führt dazu, dass es oft mehrere Interessenten für ein und dasselbe Objekt gibt. Eine Online-Plattform soll nun vollständige Transparenz für Kaufinteressenten in den Preisfindungsprozess bringen. Bereits bei mehr als 500 Immobilien kam in den letzten zwölf Monaten DAVE das digitale Angebotsverfahren von Remax erfolgreich zum Einsatz. DAVE ermöglicht es allen ernsthaften Kaufinteressenten jederzeit und ortsunabhängig online ein Kaufangebot für eine zuvor besichtigte Immobilie abzugeben. Dabei haben die Interessenten stets die Angebote anderer potenzieller Käufer vor Augen und können so in Ruhe entscheiden, welchen Preis sie bereit sind für eine Immobilie zu bezahlen. Das soll zu mehr Transparenz bei den Interessenten führen und Verkäufern die Sicherheit geben, dass sie ihre Immobilie nicht unter Wert verkaufen. Denken Sie jetzt ans Alter. Wenn es Ihnen möglicherweise körperlich oder sogar geistig nicht mehr so gut geht und Sie Pflege benötigen, wie möchten Sie dann wohnen? Mit dieser Frage hat sich eine aktuelle Remax-Studie beschäftigt. Rund die Hälfte aller Österreicherinnen wollen nach der Remax-Studie Wohnen in allen Facetten im Alter gerne in den gewohnten vier Wänden bleiben, auch wenn sie nicht mehr so fit sind und möglicherweise Pflege benötigen. Schon an zweiter Stelle bei den Wohnpräferenzen steht mit 23 Prozent das betreute Wohnen im barrierefreien, speziell für ältere Menschen adaptierten Wohnhäusern. Wesentlich geringeren Anklang finden Alters-, Senioren- oder Pflegeheime mit 10 Prozent und erst recht Seniorenresidenzen. Da kommt sogar ein Winterquartier im Süden mit mobiler Pflege noch besser an. Am wenigsten können sich die Österreicher vorstellen im Alter im Haus oder in der Wohnung der Kinder und Enkel zu wohnen. Danke fürs Zusehen, schön, dass Sie dabei waren und ich freue mich schon aufs nächste Mal.